Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hintendran und wir fahren fort mit Let's Play Crash Team Racing Nitro Field. Beim letzten Mal haben wir zwei Rennen verloren, eins davon wieder gewonnen. Doch Papu Papu denkt sich, er wäre der beste Fahrer der Welt. Nun, das wird er sich nicht mehr lange denken. Denn wir werden ihm heute zeigen, wer das feigste Bandicoot von allen ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Sache ist zum Zeigen oder doch eher vielleicht eine suboptimale. Aber auf jeden Fall sind wir dann bei irgendwas besser als er. Ich meine, obviously, Rentwan ist natürlich auch wichtig, wir sollen den Pokal gewinnen. Nitrous Oxide zeigen, dass er eigentlich Lama ist als eine Nacktschnecke in einem... Ich wollte jetzt was sagen, aber ich glaube, das wäre gross, also sage ich das nicht. Auf jeden Fall, dass er Lama ist als eine Lava-Schnecke aus dem Agma-Krater. So. Ich weiß, ich weiß, eigentlich kann ich das wegdrücken, aber ich finde das so schick gemacht, dass ich das eigentlich nicht wegdrücken möchte. Eins, zwei, drei, vier. So. Eins, zwei, drei. Direkt den Booster bekommen. Ich muss früher... Driften. Ah, there we go. Bloß nicht in die Pflanzen reinfahren. Sankt sie und... Uh, uh. Fährt in die Pflanzen rein. Obviamente habe ich das extra gemacht. Du! Ich kam nicht mehr auf die Bremse. Also ich kam schon auf die Bremse, aber sie hat mir nichts gebracht. Genau, das wird mir gegen Papu-Papu was bringen. Dieses Item. Damit... Ich brauche was Besseres. Gut, jetzt haben wir es schon mal besser verkackt als beim letzten. Also... Bei wem muss ich mich beschweren? Es ist halt... Es ist halt diese Boss... Bosserinnen sind an... Ich sag mal... Es ist halt nicht so wie... Wie... Wie die... Die, 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 die roten Panzer in Mario Kart, die sogar was bringen. Ich habe ein paar Gerüße für dich. So, jetzt... Jetzt müssen wir erst bleiben. Und ich hoffe, dass die Pflanzen mich ja auch möglichst in Frieden lassen. Das heißt aber auch wiederum, dass sie uns hier Mühe geben müssen. Okay, dann habe ich früher immer hier durchgedriftet, aber dann hatte ich ja mal einen richtig schlechten Lauf. In so einem... Zeitrennen, I think. Ah! Verdammt. Ich wollte nicht fluchen. Fluchen? In diesem Channel? Das... Ähm... Ab und an schon, aber... Oh, echt jetzt? Soll ich denn bitte Müll? Okay, äh... Ich habe nichts gedacht. Doch, vielleicht... Recycle-Müll. The fuck, man. Das ist meistens der größte Müll. Dann auf einmal denkt sich der größte Müll so... Ich bin... Okay, okay. Du bist das ganz nette Item. Verdammt. Verdammt. Nein. Ich würde ja vielleicht sagen, das ist Instant Karma, aber ich glaube nicht an Konzepte, wie die Konsequenzen meiner Actions... Außer sie sind positiv. Nein, das ist keine gute Einstellung, Leute. Passt bitte auf, was ihr macht und tut und sagt. Denn alles hat Konsequenzen. 1, 2, 3... Ach ja. Ah, der geht... Es geht wieder los, Leute. Es geht wieder los. Jetzt... Ich habe zu viele Kisten getroffen. Das muss ja das erste Mal behoben werden. Das Spiel denkt sich so... Nee, das geht so nicht. Alter! Ich kann irgendwie nicht mehr fahren. Was ist denn das? Ich meine, ja, ich war den ganzen Tag an der Uni, aber... Und heute in Dinge, die... Ey, sag mal, ich habe ein Déjà-vu. I've been in this place before. Hired in the skies. Oh, das ist... Das ist doch mal ein Item. Damit kann man arbeiten. Hallo. Papu, Papu. Ich werde dir zeigen, dass du eine Papu, Papu, Papu-Pappnase bist. Genau. Jetzt vielleicht nicht mal... Nicht nochmal in die... Da! Mein... Mein... Jemand schreibt mir. Ich weiß, wie man schreibt. Auf jeden Fall werden wir Papu, Papu zeigen. Das ist ja eine Papu, Papu. Na, nee. Papnase. Sag mal, was ist denn das? Beruhigen Sie sich da hinten, ja? Ich habe hier... Ich habe eine Reputation of old. Was für eine Reputation? Fragt ihr euch, Leute? Naja. Wie oft kann Charu Instant Karma treffen, bevor sie zugibt, dass es... Ey, sag mal, willst du mich verarschen? Instant Karma. Niesmal hast du es aber heraufbeschworen. Nein, habe ich nicht. Ich beschwöre nichts. Sag mal, sag mal, wann ist diese Seite... Okay. Nein. Nein. Das war eine gut platzierte Bombe. Also, das kann man sich... Sag mal, ich muss nicht einfach neutral bleiben, wie die Schweiz? Ich meine, ja, ich wohne in der Schweiz, aber... Muss nicht alle Charakter... Charaktereigenschaften seines Landes... Hatten dann... Nein, nein, dann waren wir bei Italien. Und da wollen wir nicht wieder hin, Leute. Wer von euch kennt überhaupt noch Italien? Wer ist noch so ein... Er ist noch so ein Teil vom alten Eisen. Nein, 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 nein. Was ist denn das heute? Ich bin irgendwie... Irgendwie bin ich einfach schlecht. Das gibt es doch nicht. Ja gut, ich meine, ich kriege Geld dafür. Das ist auch was, aber... Ach, ja. Ja, ja. Kitalia. Meine Frisse. Ähm. Ja, man kann sich die Tempoanzeige auch ändern. So. Vielleicht sollte ich die Raketen jetzt auch mal behalten und nicht direkt wegschleudern. Für... Dann überholt mich der Sack. Momente wie den hier. Hm. Ja, nur. Traut keiner modernen Technik, Leute. Wenn ihr jemanden wirklich verprügeln wollt, dann müsst ihr das schon... ...ordentlich selber machen. Äh, nicht, dass ihr jetzt Leute verprügeln solltet. Das war nur eine... Also auch so ein Videospiel. Das ist irgendwie... Ich kriege die Kurve irgendwie nicht mehr. Das ist irgendwie... Zeit. So. Dankeschön, Spiel. Dass du mir dabei hilfst, dich zu... Oh, nicht jetzt wussten. Dich zu benehmen. Heiligessig, behalte die Raketen mal in der Weile. Ein paar Wumba-Früchte für... ...auf dem Weg. Ich spiele Trophäe für dich. So. So muss das. Vielleicht fahre ich einfach zuschneidurch. So. Letzte Runde. Das heißt, wir müssen nochmal richtig ordentlich... ...richtig ordentlich, ne? Nicht... ...nicht... ...sonst wie richtig ordentlich aufs Gaspedal drücken. Leute. Richtig ordentlich. Gut, das war jetzt ein bisschen unordentlich. Aber ey. Was will man denn machen? Manchmal will es halt nicht. Hätte ich die Kiste mitnehmen können. Jetzt. Ich höre dich und deine Lache. Hm. Ciao. Warum? Warum überspringen wir nicht einfach das Tempo-Feld? Wir wollen das ja spannend machen, ne? Wir wollen ja nicht haushoch gewinnen. Nein, nein. Aber ich glaube, dass... Nein? Doch, das ist aber im Sack. Puh. Okay. Fake Crash ist halt... Ne? Alter. Streifenhörnchen-Fig Crash. Sehr gut. Meine frisst Paus, Lightmaster. Geld. Sehr gut. Weiter geht's. Papu heute nicht ersetzt. Papu vielleicht nicht genug gefrühstückt. Du fahrst schnell für so klein. Hier Schlüssel als Hilfe. Oxide ist ein viel größeres Problem für dich. Eher nicht so groß, aber eher viel, viel böser. Ah, wir werden Oxide auch noch platt. Weil das größte Problem ist Pinstripe. Auf dieser dämlichen Strecke. Boah. Da habe ich mich auch richtig nicht aufgeregt. Weil ich per se rege mich ja nicht auf, dass mein alter Ego das Aufregen übernimmt. Wobei, warte, war es nicht irgendwie umgekehrt? Ach, wir haben. Egal. Aber, hm? Nein, Pinstripe. Pain in the ass. Als nächstes, glaube ich. Oh, nö. Oh, nö. Dann kommt die Strecke. Ach, ich hasse die Strecke. Boah, okay. Vielleicht wird auch ein bisschen geflucht. Jairo entscheidet sich spontan, alles zu backtracken, damit sie die eine Strecke nicht machen muss. Gut, wir werden nicht backtracken. Vielleicht später, aber wenn es fünfmal hintereinander nicht klappt. So, wir werden mal jetzt als Crunch-Bandicoot fahren, habe ich... Binox-Rindfahrer. Ich habe so eine Binox-Kiste mal irgendwo gefunden, als ich was anderes gesucht habe. Das stimmt. Rottweiler-Crunch. Der Martina-Crunch. Husky-Crunch. Husky sind eh die schönsten, tollsten, besten Hunde. Dirt-Bike-Crunch. Ja, irgendwie hat er halt... Ah ja, der fiese Crunch erinnert sich noch. Crunch hat nicht so die coolen Skins. So. Ich glaube, ich habe mit Crunch ein Rennen gefahren. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Uuuuuh. Leute, wir sind eh in dem Superior-Gebiet, weil hier Schnee ist. Und Schnee, wie ihr wisst, Leute, ist einfach das Beste der Welt. Uuuuh, das ist ein Eichbier. Ich liebe Schnee. So. Ah, ich hoffe, euch wird das Projekt gefallen, weil es macht mir so viel Spaß hier zu spielen, zu fahren und... mich teils auch aufzuregen. Guckt mal, da sind die ganzen Totems aus den ganzen... Bären-Leveln aus Crash 2. Oh, Crash 2 war cool. Speed Limit 155, so. Ja, ich will hier gerade ein bisschen durchfahren. Haben wir bei der letzten Stage nicht so gemacht, aber es ist halt das Schnee-Level, Leute. Das ist das Schnee-Level. Ganze Pinguine. Irgendwelche Ringen. Irgendwelche okkulten Sachen. Kristalle. Das muss so sein. Ich glaube, irgendwann konnte ich doch die Kamera ändern. Da. Bei gewissen Charakteren sieht man es, aber die kriegen teils eine kalte Nase. Zum Beispiel bei Dingo-Dial sieht man es richtig cool. Wahrscheinlich auch bei den ganzen menschlichen Charakteren. Nicht jetzt unbedingt bei den Furries, die Füll-Fell haben. Ich meine, bei den Anthropom... Anthro... Anthropomorff. Bei den Anthropomorffen-Tieren, so. Wer schreibt mir denn da? Ja, jetzt bin ich beim Morphen. Kennt ihr das, Leute? Ihr seid was am Machen. Und genau in dem Moment, in dem ich dann entscheide, boah, ich mache jetzt irgendwas selber, kommen alle eure Freunde und... Ähm. Und, ne? Freunde und so. Und sind dann, like, hallo, ich würde gerne Zeit mit dir verbringen. Denn, den ihr, like, ähm... Ich bin aber gerade was am Machen. Und dann ist es halt sad. Aber ich schade mich nicht. Ich habe meine Freunde lieb. Sie sind die besten Freunde der Welt. Naja, die besten Freunde meiner Welt. Hihi, blizzard love. Ich liebe dieses Gebiet. Das war Discord. Hm, interessant. Es ist ein tolles Gebiet. Badababam. So, dann wollen wir mal als Crunch-Bandicoot richtig rein-crunchen. Jetzt fast. Na, wie schmeckt mein Auspuff? Ja, mit der Stimme. Oh, Geld. Mal gucken, mal gucken, ob ich diesmal den Kapitalismus fröne oder ob ich wieder 100 Mal dran vorbeifahre. Was zum... Ich war gerade kurz Sonic. Kennt ihr das eine Reaction-Image, wo, wo, ähm... Mir ist halt... Beyoncé, das war ich gerade so mit Sonic. Wer mir... Ey, 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 ey. Komm jetzt nicht mit der Kiste zu nah. Ich habe die... Ich habe die, ähm... Regel... Da, wie nennt man das? Regelkonform entsorgt. Mir wird wieder auf Discord geschrieben. Dabei kann ich gerade nicht antworten, weil meine Arme... Arme? Raubel ich die Hände und nicht die Arme auf Lenkrad sind. Oh, ich habe das vermisst, Leute. Alter, I love it. Oh. Boah, ich habe Spaß. Ich liebe so viele Sachen. Das Leben ist es wert, gelebt zu werden. Charoto spielst gerade ein Videospiel. Sei nicht so pathetisch. Ich werde so pathetisch sein, wie ich will. Ja? Ich muss ja... Aus... Gründen. Was sind das für geheimnisvolle Gründe? Ja. Was sind das für geheimnisvolle Gründe? Die geheimnisvollsten Gründe der Welt. Das waren schon die drei... Die drei Fragezeichen oder die... Wie hießen die? Die Knickerbocker-Bande? Von Thomas Brezina? Oh, meine Fresse. Wo ist das denn jetzt hergekommen? Wobei... Ja gut, wir spielen gerade Crash-Team-Racing. Nur halt in neu. Aber auch... Gibt es die denn eigentlich noch? Gute Frage. Nächste Frage. Oh ja, das gefällt mir. Nächste Frage. Hören wir auch über die Passage der Zeit zu reden. Das geht doch nicht. Ah, apropos Passage der Zeit. Eigentlich sollte ich als Phalaeontologin drüber gerne reden. Oh, und das Level ist schon vorbei. Tja, das war doch mal cool. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ah, I love it. Alt, I love it. Uka-Uka-Scherge. Ja, ich meine, eigentlich ist er jetzt einer von den Guten. Boah, wer erinnert sich noch an den... Oh, wie hieß das eine? Crash-Banny-Gutspiel? Das erste für die Playstation 2? Oh. Das war... Das war mal ein Spiel. Mit den Elementmasken da, die böse waren. Irgendwie so was. Genau. Die waren da böse und wollten Uka-Uka helfen. Ich weiß, dass Crunch da der böse war. Dass die Postleute ganz schön komisch waren. Und ich habe mindestens fünf Level durchgeglitscht. Aus Versehen natürlich. Du wärst da mit deiner Kugel, denkst dir so... Ich hasse diese Level mit der Kugel. Und dann bist du auf einmal irgendwo im Nirgendwo. Und denkst dir so... Ich komme nicht mehr aus der Kugel raus. Ich kann das Level nicht mehr. Ja gut, jetzt darf ich das Spiel dann starten. Aber damals konnte man das nicht einfach so machen. Damals... Alter Crunch. Yo. Mit dem Ziegenbärtchen. So muss das. Damals muss mir die Konsole ausschalten. Hat mir nix... Nix wie Menüs oder so. So einen modernen Schnickschnack. Oder Download-Spiele. Damals hat alles auf... Gut, nicht alles. Aber vieles auf eine CD gepasst. Und du wusstest, das Spiel ist krass, wenn es mehrere CDs hatte. Yo. Also wir haben jetzt Papu Papu freigeschalten. Wollen wir mal mit Papu Papu ein Rennen fahren. Bestätigen. So. Ja, ich hab... Wenn wir mit Papu Papu ein Rennen fahren. Ich liebe das Level-Design-Technik. So ist es nicht. Es sieht... Fantastisch aus, ja. Aber... Die eine Kurve da... Ist... Ganz schön... Naja. Ich meine... Was Kurven angeht, bin ich ein bisschen so die Expertin, ne? Aber die Kurve... Uff. Die ist schlimm. Ach ja. Ach Mann. Ach Leute, ach Leute. Ich hab das vermisst. Boah, hab ich Spaß dran wieder. Einfach irgendwelchen Scheiß labern und dabei einfach Fun haben. Und irgendeinen Gamezock, wo man sich denkt, yo. Ist eigentlich egal, was wir hier großartig erzählen. Aber ne. Ich meine, es ist ja nicht egal. Es ist ja immer noch Charumissi. Guck dich das Level an. Das sieht echt cool aus, gell? Ja, tut das. Oh, mit dem Drachen. Dem Süßen da. Ja, die Kurve wurde natürlich hier nicht angezeigt. Von wegen, ja. Es ist ein voll nettes Level. Das wird hier nix tun. Eins. Zwei. Drei. Vier. Papu will die Trophäe haben, ja. Hat's gehört. Nicht nur Papu will die Trophäe haben, eigentlich will Charu die Trophäe auch haben. Jetzt kommen wir hier. Ja, willst du jetzt ne Kiste haben oder willst du schneller reisen? Reisen wollen. Leute, wir brauchen keine Eid. Da. Das ist die. Das ist einfach nur... Ich hasse diese Stelle. So. Ey, der Zeitrennen hier, das war alles war zum Kotzen. So. Wer braucht schon Kisten, Leute? Ich benötige keine Kisten. Kisten sind was für Bandicoots. Und ich bin gerade... Ich bin kein Bandicoot. Ich bin einer der Böse. Ich bin Papu. Papu. Oh mein Gott, ich kriege gerade Flashbacks von Crash Bandicoot. Wie hieß das Spiel, wo man mit Crash und Cortex rumgerannt ist? Und dass es da eine sehr, sehr homoerotische Szene gab? Alter, das Spiel, wo sich Cortex als Coco ausgegeben hat. Heilige Scheiße. Ich weiß, dass die Sprung, ich habe nicht gedacht, dass sie sehr bescheiden war. Sollen wir das mal so? Oder... Ja gut, das hier... Ich hätte die Idee, die Idee, die Idee... Das meinte ich nicht, bitte. Ich hätte die Idee, die Idee, die Idee zu mitnehmen können. Okay, wer von euch denkt sich so... Ich höre Karma. Ich höre sie nicht. Ich ignoriere ihre Existenz. Alter. Hat Rums gemacht, ja. Nein, ich war jetzt die ganze Zeit Erste. Verkackt man einmal, weil man sich über Karma beschwerden und sowas. Dann wird die Frau nicht mal genervt. Ähm, Kollege. So nicht. Boah, ich habe es first time geschafft. Durch die Power des... Ich habe mich konzentriert. Das ist aber nur die Power des Konzentrierens. Jetzt können wir der purpurrote Papu Papu sein. Wir können es aber auch lassen. Ich meine, warum Mensch sein, wenn man als Furry hier einfach durch die Welt brettern kann? Genau, Leute. Gar nicht. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hol dir Wumpas. Ja, wir sind bei 20 Minuten angelangt. Wir haben Papu Papu besiegt. Zwei Level. First time geschafft. Gut, für Papu Papu wird es ein bisschen gebraucht. Aber naja. Man muss der KI auch mal eine Chance geben, sich gut zu fühlen. Das ist doch so. Nur Gewinn, das wird auf Dauer langweilig. Man muss auch irgendwo diese dramatische Szene haben, wo man sich denkt, ja, wird der Protagonist das jetzt schaffen oder nicht? Und naja, meistens in so einem schonen Anime weiß man ja direkt, was die Antwort sein wird. Aber Tiny Tiger. Okay, Papu Papu. Freut sich. Wir freuen uns auch. Wir holen uns die Trophäe und dann beenden wir das hier. So. Danke, Uka, Uka. Oh Gott, wenn du noch ein bisschen verschnupft klingst. So, sehen wir das bei ihm auch? Das ist ein bisschen... Nö, schade. Ja gut. Also, ich danke euch vielmals fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet ihr auch einen steif. Ciao.